Und hier kommt zuerst unsere erste Startnummer. Wie Sie wählen sollen, wollen Sie natürlich noch wissen. Ganz einfach, Startnummer, Ihre Lieblingssenderbreiten auf eine Postkarte schreiben und wir uns zuschicken. Vielleicht ist es ja schon die Band um den Komponisten, Texter und Sänger Klaus-Peter Schweitzer, die Sie favorisieren könnten, die auch noch jedem in Erinnerung ist mit ihrem Hit 13 Tage. Tja, die brennen richtig drauf, wieder so ein Knaller zu landen und das sogar Licht hallo. Licht hallo, Schweizer, Startnummer 1. Ich hab ein neues Buch und ein neues Buch, ich hab es einfach so verlaut zu sein. Ich weiß nicht, ob du kommst und wie du bist, ich such dich, Kipp mal einer, wo ist mein Lieblingshandel, es ist schon spät. Ich hoffe nur, dass sie auch auf mich steht, wie wird sie sein und was erwartet sie, ich suche dich. Ich weiß nicht, ob du kommst und wie wird sie sein und was erwartet sie, ich suche dich. Ich weiß nicht, ob du kommst und wie wird sie sein und was erwartet sie, ich suche dich. 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 Vielen Dank.